es ist mensch die rausnehmen und dann hingehe die abreiße so und da den lagerplatz einfach mal viel größer so müsste eigentlich funktionieren müsste doch funktionieren treibgut fischernetze fehlen schade die hätte ich gerne eingesammelt was haben wir denn hier noch im fleisch trutan dann im zutraut neben trutan passt auch wunderbar kann man das jetzt hier verlängern kann man eigentlich die straße abreißen ich würde hier den lagerfall größer wie viele haben denn fünf der wird da wird auch ja passt doch klebepodi wunderbar ist noch drei wasser wird auch knapp da ist ne ja hier fällt auch noch einer packen wir da auch noch einen rein so da ist das werkzeuge gehen das ist der werkzeugmacher ne packen wir da auch noch einen rein dann haben wir nämlich zwei hier gucken wir mal Bohnen Erbsen setzen wir da Erbsen rein das, das was haben wir hier noch Gemüse, Bohnen dann lassen wir da den Kohl lassen wir da den Kohl das sind Kastanien geht auch nur ach, ein Hund ein Kätzchen sehr, sehr schön oh warum Zufriedenheit 33% was fehlt denen denn drei Bürger ohne Haus ja, die werden ja gebaut die werden ja gebaut die werden ja gebaut dann könnt ihr noch, guck mal hier Ressourcen sammeln könnt ihr doch leer machen hier hier können wir noch einen reinpacken so da auch das sieht doch gut aus hier können wir auch noch ein paar Häuser so packen wir da noch die drei Häuser sehr schön wir könnten hier eigentlich noch ein Feld reinbauen entweder bauen wir hier ein Feld rein oder noch so eine Weide das geht auch müssen wir mal gucken das was haben wir hier die Seife da fehlt Feld da haben wir den Fisch Zwiebeln Fisch was haben wir hier Erz Leder aber kein Fleisch ne wir haben kein Fleisch mehr aber Honig Bienenwachs das heißt wir könnten die Seife auch aus Bienenwachs machen machen wir die aus Bienenwachs da müssen wir warten Gänse ok dann gehen wir da auf Gänse 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 da wunderbar das sieht doch gut aus Alpakas einmal Büffel am Hauch immer noch eine ohne Haus hm da ist das Badehaus ne können wir hier oben eigentlich auch noch eins bauen hier am besten rein Krankenhaus Klinik das ist ja gleiche ne was darf ich denn hier das ist eine Klinik und ein Krankenhaus von der Klinik von der Klinik verbessert erhöht die Gesundheit wir brauchen Eisen ja Bauarbeiterhaus es ermöglicht den Bau von Gebäuden und Straßen beim Stadtbau sowas Klinik Kanar merry foods Ist Antony das ist und bang und 열 Tanasus Mako was haben wir hier also gesammelt hat der ne da ist die Straße immer noch nicht abgerissen Reiß doch die Straße ab Entschuldigung reißen wir hier durch den links hin dass wir hier dann einen großen Lagerplatz haben Clark und Constance Maureen Isaac Lori und Carol Carol Stress der Bürger mit minus fünf Prozent minus fünf minus fünf Ernährung sieht gut aus wasser ne So bitteschön Dann lass uns doch mal gucken Hat die denn? Der Sheriff hat einen Mörder gefunden Wir haben einen Mörder Ja, wir haben einen Mörder. Boah, ich stehe hier im Knast, ne? Oder so. Und ich habe immer noch einen ohne Haus. Na, Mensch. So. So, bauen wir da hin. Da passt schon. Der Feldweg. Quer darüber. Dann hoch. So. Also, genau 5, ne? So, so. Die frieren. Was können wir denn jetzt noch? Vier Knochenbrüche. Da habe ich jetzt die Klinik, ne? Das heißt, wenn ich hier das Krankenhaus hinsetze, müsste der doch eigentlich oder hier rein. Wobei ich hier mal sinnvolle, ne? Da habe ich die Klinik. Dann baue ich hier das Krankenhaus. Oder hier. Können wir gleich mal gucken. Das ist ja einfach mal die Forschung. Und dann gucken wir mal. Fisch. So, sollte man vielleicht auch auswählen, ne? Dann klappt das doch. Nee, nee, nee. Da, pa, ta, pa, ta. Da, pa, ta, pa, ta. Nicht aufgepasst. Da, wo er da ist. Ein Bürger friert. Da könntest du auch hier auch noch einen reinsetzen, ne? Das geht nicht. Dann könntest du auch hier noch ein Feld oder so. Was können wir denn alles anbauen? Nichts. Also nichts Neues in dem Sinne. Da müssen wir da noch gucken. Die frieren alle. Sehr schön. Erbsenzwiebeln, Druthan. Federn. Honig, Federn. Dann könnte der doch die Klamotten aus Federn machen, oder? Geht das nicht? Kleinen Federn. Ja. Das geht doch. Das geht doch. Ein Bürger ist am Verhungern. Sehr schön. Sehr schön. Down-in-jacke. Down-in-jacke. Kauft sie doch euch. Könnt ihr euch auch kaufen. Was soll das denn? Seife haben wir? Seife haben wir. Kraft. Wärme. Zufriedenheit. Ölarbeiten. Aber warum? Ölarbeiter. Ölarbeiter. Ist ja auch geil. Ö... 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 Und das da ist? Da können wir auch nichts machen. Ich würde gerne die Felder, ne? Hier, die Gärtnerei, das war dann auf Kräuter. Bürger können beim Kräutersammeln Kräutersaat finden. Sehr schön. Das ist sehr wichtig, damit wir die anbauen können. Was haben wir denn noch hier? Badehaus, Reparatur. Da haben wir eins, ne? Das heißt, wir könnten da aber noch einen zweiten reinpacken. So. Die können wir rausnehmen. Die können wir auch rausnehmen. So. Das funktioniert. Dann würde ich hier eine Brücke rüber bauen. Ach, das geht gar nicht, ne? So. Dann haben wir den Start, die Brücke. So. Dann können wir hier noch Häuser hinsetzen. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Der sammelt. Der sammelt. 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 Dann können wir hier eigentlich noch so ein Sammelhaus oder so hinsetzen. Dann können wir hier noch eins bauen. Dann können wir hier noch eins. Der sammelt auch. Dann können wir hier eigentlich, ne? Ja. dass das februar und wir hatten hier den steinmelz machte lasst uns mal gucken kuhleisen bruch ich nicht sammelstation ja bitte auch nicht schneiderei die haben wir auch die lampen erhielt mir die lampen dann nicht dann nicht feuerwerk dekoration da haben wir da haben wir da dann würde ich da noch eine reingung da und dann hier hoch dann zum 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 Untertitelung des ZDF, 2020